Hallo und herzlich willkommen liebe Freunde zu einem weiteren Teil von Let's Play Silent Storm. Mit mir, dem Tante Günther aka Günther Shadow und mit Kenko, der jetzt mal ganz schnell sich hier aus der Schusslinie macht. Denn der hat im letzten Part noch seine verbliebenen Schüsse abgefeuert aus seiner MP41. Oder ne, Moment, die hat Rocco, genau, Rocco hat die MP41. Ich wollte an der Stelle übrigens nochmal sagen, dieser Part ist heute exklusiv für euch nachkommentiert worden. Ursache dafür war, dass ich vergessen habe, die Phantomspeisungen beim Mikrofon zu aktivieren und deswegen konnte man da relativ wenig hören. Also, er wird jetzt mit seiner MP41 hier den Typen ausschalten. Und das hat relativ gut geklappt. An der Stelle noch so als ganz kurzer Hinweis über diese MP41. Es ist eine Weiterentwicklung der MP40 gewesen, die versucht hat, einige technische Mängel nochmal auszugleichen. Ja, das ist schön. Die versuchen sollte, einige Mängel auszugleichen. Bei der MP40 war zum Beispiel die Zuführung der Patronen immer sehr problematisch. Und das hat man versucht, bei der MP41 besser zu machen. Das seht ihr hier auch bei Günthers MP40. Oder hier bei der MP41, da ist ja das Magazin unten eingesteckt. Und das wird also dort eingesteckt halt natürlich, wo die Patronen oben zugeführt werden. Aber was man hier jetzt eben nicht sieht, war, dass die Patronen innerhalb dieses Magazins, die waren links, rechts, abwechselnd nebeneinander angeordnet. Das heißt, die Zuführung war also doppelt, obwohl es ja nur eine Einfeuerwaffe war. Also, die hat ja nur eine Kugel gleichzeitig abgeschossen und eben keine zwei. Und dadurch kam es immer wieder vor, dass sich also die Patronen da drin verklemmten und zu Ladehängungen führten. Das ist natürlich relativ gefährlich für den Soldat. Und bei der MP41 hat man versucht, dieses Problem zu beheben. Ein anderes Problem war übrigens, dass halt eben viele Leute oder viele Soldaten damals, die MP40 an diesem Magazin festhielten, was aber nicht unbedingt so gedacht war. Und dadurch schnell diese Steckstelle ausleierte und nicht mehr richtig, ja, nicht mehr richtig die Patronen zuführen konnte oder nicht mehr richtig das Magazin hielt. So viel nur gerade an der Stelle. Klaus, unser Profikiller, wird versuchen, hier diesen Soldaten der Alliierten mit zwei gezielten Schüssen hintereinander auszuschalten. Sofern er sich nämlich jetzt nicht bewegt, werden wir ihn kriegen. Und wenn wir ihm da einen sehr guten Treffer verpasst haben, dann sind die Chancen da gar nicht so schlecht. Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, was ich in den Teilen vorher so alles von mir gegeben habe. Kenko, schau du erst mal da rein. Wir müssen auf jeden Fall verhindern, dass da noch ein zweiter Soldat irgendwie drinsteht, den wir jetzt nicht sehen, weil sonst wird es gefährlich für uns. Und Karm muss auf jeden Fall noch ein bisschen bandagiert werden. Und ich möchte hier keinen Soldaten bei dieser Mission verlieren, natürlich. Du bist der beste Arzt, Gary. Okay, was macht er da drüben? Er schießt... Scheiße, der hat tatsächlich Klaus getroffen. So ein Mist, okay. Ja, und hat sich natürlich versteckt. So ein Mistkerl. Ansonsten wird es hier wirklich eine super Position gewesen, um ihn noch ein zweites Mal zu treffen. Wo er sich da jetzt versteckt hat, können wir natürlich nicht genau sehen. Und das mit der Line of Sight ist hier nicht immer ganz so eindeutig. Wahrscheinlich hätte es schon gelangt, wenn wir uns hier hingehockt hätten. Dann müssten wir ihn auch gesehen haben. Aber ich möchte jetzt gerne von diesen Gaspullen da weg, denn Klaus steht da jetzt nicht wirklich safe. Nicht wirklich sicher. Und wenn er da auf den draufholzt und die Gaspullen da in die Luft sprengt, dann ist Klaus gehimmelt. Also hocken wir uns auf und hin und verstecken uns. Gary. Du gehst mal gucken... Du gehst mal warten und wir gucken erst mal, ob Carm da noch jemanden entdeckt. Carm muss ja auch aufpassen, denn auf der linken Seite, da sind so ein paar Fässer und es könnte sein, dass die explodieren. Das wollen wir natürlich nicht. Den Schrank mit den paar Medikamenten, den plündern wir schnell. Oh, Kenko, du alter Poet. Sehr schön. Was man hier bei der MP41 ganz gut im Vergleich zur MP40 übrigens sehen kann, das ist diese Schulterstütze, also womit die Waffe eben sicher an der Schulter platziert werden soll. Die war nämlich bei der MP41 fest, also aus Holz oder Kunststoff glaube ich, aber ich glaube sie war aus Holz und das hat man gemacht, ja, ich weiß nicht, weil diese Schulterstütze bei der MP40 nicht ganz so stabil war, wie man sich das erwartet hatte. Diese ausklappbare Schulterstütze bei der MP40 konnte man die ja ausklappen. Und übrigens noch so als kleiner Hinweis an der Stelle, die MP41 wurde übrigens nur eigentlich für Polizeieinheiten oder für den Export produziert, also jetzt eigentlich gar nicht mehr so für den direkten militärischen Einsatz. Das gibt es also mehr so in diesem Spiel hier. Ja, und dann, achso, das könnte man vielleicht noch an der Stelle erwähnen, diese ausklappbare Schulterstütze bei der MP40 war sehr innovativ eigentlich. Warum war die so wichtig? Vielleicht noch erstmal ganz generell dazu, man unterscheidet ja bei diesen Maschinenpistolen oder bei diesen automatischen Gewehren, aber eben auch bei normalen Handfeuerwaffen, unterscheidet man, ob das ein sogenannter Rückstoßlader oder ein Gasdrucklader ist. Rückstoßlader heißt, durch den Rückstoß der Waffe wird der Verschluss geöffnet und die Patrone wird ausgeworfen. Beim Gasdrucklader ist das ein bisschen anders. Da geschieht das dadurch, dass man also das heiße, verdichtete Gas aus dem Lauf selbst nimmt, um eben eine neue Patrone auch dann einzulegen. Also beim Rückstoßlader wird die Kammer auch nochmal geladen, dadurch, dass man eben den Rückstoß der Waffe ausnutzt. Dadurch werden diese Waffen aber insgesamt bei diesen Rückstoßladern, ist es so, da werden die Waffen etwas ungenauer. Und es ist wichtig, dass man so eine Schulterstütze hat. Das sieht man hier bei Rocco auch, wie er die Waffe eben hält. Ja, und durch diese Schulterstütze, die man einklappen konnte, war die MP40 eben sehr handlich und sie hatte gleichzeitig noch den Vorteil, dass man mit ihr relativ genau schießen konnte. Allerdings hatte die MP40 keinen Mechanismus, um einzeln zu feuern, also einzelne Schüsse abzugeben. Das kann man hier ja auch nicht machen, sondern nur kürzere Salven. Aber ein geübter Soldat, der konnte dann doch schon das Ding so bedienen, dass er auch einzelne Schüsse damit abfeuern konnte. Es bedurfte allerdings eben einiger Übungen dafür, um das nochmal so zu sagen. Ja, 500 Schüsse pro Minute schaffte so ein Ding. 32 Schuss im Stangenmagazin, verschoss 9mm Parabellum-Geschosse. Vorgänger an der Stelle nur nochmal so als kleines Rand-Fact, war die MP38. Und die MP38 wurde halt unter anderem deswegen entwickelt, weil man halt eine Maschinenpistole haben wollte, die 9mm-Geschütze verschießt. 9mm-Geschütze sind halt insofern für das Militär sehr wichtig, weil sie halt nicht so schwer sind, weil man sie relativ gut transportieren kann, aber doch eben eine sehr vernichtende Schadenswirkung eben mit dieser Waffe dann erzielen kann, wenn sie eben vollautomatisch schießt. So werden die Waffen dann nämlich eben sehr, sehr, sehr gefährlich. Und dann hat man diese MP38 entwickelt, die eine ganz andere Zuführung hatte. Die hatte nämlich nicht so ein Stangenmagazin wie die MP40, sondern so ein Rundmagazin, das mit 9mm-Geschütze geschossen, befüllt wurde. So, und jetzt können wir nochmal sehen, wie schön ungenau so eine Waffe nämlich ist. 22% Trefferchancen noch bei so einer relativ kurzen Distanz. Insofern ist es halt sehr wichtig, dass wir mit Günner die Fertigkeit erlernen, dass er in der Lage ist, den Rückstoß der Waffe zu negieren. Jetzt sind wir entdeckt worden, das ist aber nicht so schlimm. Kenko, du kannst... Oh, Kenko, du alter Philosoph. Ach ja. Ja, dann philosophieren mal mit deiner MP40 zu Tode, bitte. Das hat nicht geklappt. Also gehen wir in Deckung hinter dem Zaun. Ich glaube, dieser Soldat ist auch mit so einer Grease Gun ausgestattet. Diese Grease Gun hat keine so hohe Durchschlagskraft, was für uns von Vorteil ist, weil wir uns deswegen nämlich hinter diesem Zaun verstecken können. Und ich bitte nochmal an der Stelle das ganze Gestammel von vorhin zu entschuldigen. Ich versuche da immer so ein bisschen meine Gedanken zu sammeln und ja, euch diese entsprechenden Facts noch nebenher zu präsentieren. Ich mache mir dann immer so kleine Notizzettel, wo ich mir das aufschreibe und jetzt heute, weil ich nachkommentiere, lese ich nebenbei so ein bisschen in diesen Zetteln und dann verhaspel ich mich hin und wieder mal. Ich bitte, das zu entschuldigen. Es wird nur dieser Part und der nächste Part sein, die nachkommentiert sind. Ansonsten habe ich eigentlich immer sehr darauf geachtet. Warum ich die Phantomspeisung ausgemacht habe, die man, also Phantomspeisung heißt es deswegen, weil die Spannung für die Mikrofonmembran künstlich erhöht wird, damit dann eben die Stimme insgesamt ein bisschen lauter wird. Warum ich die ausgemacht habe, weiß ich sogar gar nicht mehr, aber ich glaube, ich habe irgendwie gedacht, ich habe sie ausgemacht, weil das dann mein Mikrofon schont oder sowas. Okay, also Rocco kann ihn sehen, Carm kann leider nicht drauf schießen mit ihrer schallgedämpften Waffe. Insofern müssen wir uns da vielleicht auf diese Holzkiste da drauf knien. immer noch 0% Trefferchance, müssen wir gucken, nächste Runde dann aufstehen, das kostet vier Aktionspunkte. Ja, dann denke ich, werden wir vielleicht mit Rocco nochmal ein bisschen in Deckung gehen, ein bisschen in die Richtung gucken und nochmal schießen. Aus der Hocke feuert es sich nämlich besser, wenn auch jetzt nicht unbedingt aus dieser Distanz. Okay, nochmal die ganze gleiche Geschichte aufstehen, feuern, feuern, du wirst nicht besser und Kenko, du bist wieder dran. Diese Positionswechsel sind auch nicht so gut für die Schussgenauigkeit, muss man an der Stelle sagen, reduzieren also die Trefferchancen, wenn man in der gleichen Position bleibt und dann danach schießt, also für alle, die das Spiel noch nicht so gut kennen, ich hoffe, ich habe ihn getroffen, also wir sehen da so ein paar Blutspritze auf dem Boden, naja, wenn man in der gleichen Position bleibt, dann kann man ihn danach besser treffen. Das war laut, das war laut. Die Waffe, mit der er jetzt geschossen hat, eine M3 SMG, also eine M3 Maschinenpistole, Sub-Machine Gun, abgekürzt SMG, ist ein Modell, das 1942, während des Zweiten Weltkriegs von George J. Hyde entwickelt wurde, und zwar in den Vereinigten Staaten. Diese Waffe sollte die bis dahin eher übliche Thompson ersetzen. Die Thompson-Maschinenpistole war relativ zuverlässig, hatte eine sehr hohe Durchschlagskraft, war aber in der Produktion relativ teuer, und diese M3, die war etwas günstiger herzustellen, es wurde insgesamt auch etwas weniger Material verwendet, hatte auch so einen Schulterstutzen, der ausgezogen werden konnte, wurde also nicht ausgeklappt, wie der bei der MP40, sondern eben war zum Ausziehen. Ja, und in der Handhabung sollte sie auch relativ leichter sein, wobei sie jetzt auch nicht gerade unkompliziert war. Und ich schieße jetzt mal hier auf den Boden, denn ich denke, dass er hockt ja ganz genau, da haben wir auch nochmal einen Blutspritze gesehen, und er ist tot umgefallen, sehr gut gemacht von Klaus, das ist also hier der Typ, der die ganze Arbeit erledigen muss. Und seine Arbeit erledigt er eigentlich ziemlich gut. Sniper sind halt einfach so unglaublich wichtig darin, wenn es darum geht, die gegnerischen Soldaten auszuschalten, weil sie eben aus der großen Entfernung sehr viel Schaden anrichten können. Das haben wir jetzt hier, diese Kombination, normalerweise setzt man das ja so ein, man läuft mit dem Scout vor und schaltet mit dem Sniper halt die Leute alle aus, oh ja, da könnte man eigentlich sogar mal versuchen, so was abzufeuern. Normalerweise macht man es so, man läuft mit dem Scout vor, oh Gott, ne, ich glaube nicht, ich glaube, du hast nicht einen einzigen Treffer da platziert. Normalerweise läuft man mit dem Scout vor und schaltet dann mit dem Sniper die Gegner aus. Ich will ja Gary übrigens auch zu so einem Sniper machen und das sollte eigentlich äh, ja, äh, oh, der, ach so, der kniet da hinter dem Prellbock, alles klar, dann haben wir ihn wahrscheinlich deswegen nicht getroffen, oder? Versuchen wir einfach nochmal hier eine volle Salve, ne, hat auch nur auf den Prellbock geschossen, laden wir direkt nach. Ich versuche aus Gary auch so einen Sniper zu machen, dann haben wir nämlich zwei Stück und normalerweise würde man es auch glaube ich so machen, dass man ohne den Arzt spielt, und, ähm, stattdessen einfach noch einen zweiten Sniper mit rein nimmt oder sowas, also Hackenschützen für alle Leute, die sich jetzt daran stören, dass ich hier die ganzen Shooter-Begriffe verwende, ja. Ist, äh, nicht böse gemeint. Ja, und, äh, hier haben wir auch gesehen, da hat er jetzt auch so eine Grease-Gun dabei. Klaus, du lässt dich mal noch gerade von Gary heilen, damit der nochmal seine Fähigkeit ein bisschen verbessern kann, aber, nein, bitte nicht schießen, heilen, genau, und jetzt mache ich ihm noch einen schönen Verband, sehr schön. Äh, achso, vielleicht sollte ich noch, ähm, gerade sagen, äh, woher der Name der, äh, Grease-Gun kommt, ähm, weil Grease steht hier für Schmiere oder Fett, ja, und, äh, sie wurde, ähm, ähm, wurde deswegen so genannt, weil die Gehäuseteile, die verarbeitet wurden, eher minderwertig wirkten und sie galt auch bei den amerikanischen Soldaten eher als instabil und als, äh, sehr ungenau und deswegen hat man sie Tortenspritze genannt, Cake Decorator oder eben die Fettpresse, die Grease-Gun eben. Und, äh, da war eine kurze Unterbrechung, ich bitte das zu entschuldigen. Wir, äh, ja, wir nehmen direkt die nächste Mission mit an der Stelle. Ähm, ich hatte hier bei der Aufnahme ein kleines Problem, weil mir Fraps zwischenzeitlich mal abgestürzt ist. Aber ich wollte euch ganz gerne noch eine zweite, äh, random Mission, so einen zweiten random Encounter, eine zweite Zufallsmission wollte ich euch noch zeigen. Und diese Mission hier hat offenbar etwas mit einem Gefängnis der Alliierten zu tun. Es sind zwar keine Leute in den Zellen erkennbar, aber ich glaube trotzdem, dass das eine interessante Mission werden könnte. Wir müssen halt noch ein bisschen Erfahrungspunkte sammeln, vielleicht noch ein, zwei coole Gegenstände mitnehmen. Manchmal ist es auch so, es gibt ein paar Zufalls, ähm, Begegnungen, wo man wirklich sehr coole Gegenstände finden kann. Worauf ich es hier natürlich abgesehen habe, wäre nochmal, äh, die Munition der Alliierten, weil wir die nicht selbst, äh, bekommen in unserem Hauptquartier, sondern da ist es also so, äh, dass wir die in diesen Einsätzen einsammeln können. Das ist auch sehr wichtig. Dann können wir nämlich nachher einige Waffen der Alliierten benutzen. Hier nochmal kleiner Bildsprung, bitte Entschuldigung, da musste ich nochmal unterbrechen, ähm, dann können wir diese, ja, das tust du, Orko. Dann können wir nämlich einige Waffen der Alliierten einsetzen. Welche, auf welche Waffen bezieht sich das hier bei Silent Storm ganz genau? Es bezieht sich vor allen Dingen auf Heckenschützengewehre, also Waffen mit einem Zielvisier. Da gibt es nämlich einige sehr gute, ähm, die könnte man nehmen. Es bezieht sich auch auf normale Standardgewehre, äh, zum Beispiel so, also es gibt ein paar ziemlich gute, Karabinergewehre bei den Alliierten und vor allen Dingen, äh, normale Handfeuerwaffen, also Pistolen. Die sind wahrscheinlich nicht so gut wie die Mauser von, äh, Klaus. Klaus hat ja eine Mauser, die auch mehrfache, äh, Schüsse abgeben kann. Und das ist einfach super mächtig, aber es gibt zum Beispiel, ähm, einige Handfeuerwaffen wie Colts oder Revolver, ähm, die wirklich wahnsinnig viel Schaden anrichten auf kurze Distanz und, äh, die möchte ich natürlich gerne einsammeln und eben nicht diese dämlichen, äh, Nagon-Dinger. Ja, von dieser, ähm, ja, von Karm bin ich übrigens sehr angetan. Die kann sich sehr gut tarnen und das ist auch so, wie man mit einem Scout relativ gut spielen kann. Man könnte das jetzt, also könnte, ja, genau, also Zielschüsse sind wahrscheinlich ein bisschen zu teuer. 50% Trefferchance, das ist schon recht gut aus der kurzen Distanz. Sie müsste sich mal, also, wir bräuchten noch ein paar Punkte bei der Waffengewöhnung. Wir schauen mal, wie viel haben wir hier. 39% ist auch gut. Das Problem ist halt, bei 20 Aktionspunkten, da hat sie dann so einen kleinen, so einen kleinen Feuerstoß mit drei Schüssen. Da würde ich dann eher lieber noch ein bisschen näher dran gehen, damit die halt auch alle treffen. Das wäre irgendwie besser. Und dann hock dich mal hin, dann können wir nämlich nur einen hinter dich stellen, der dann auch nochmal schießt. Und da war jetzt leider nur ein Treffer dabei. Das ist nicht gut. Nicht gut kam. Nicht gut. Ich denke mal, wir sollten jetzt noch mit einem unserer Gewehrschützen auf ihn schießen. Was macht denn so ein Schnellschuss? 54, das ist eigentlich ganz gut, aber ich glaube, wir machen nur einen Schuss mit Gary, der dann auch wirklich sitzt. 64% ist gut. 41 Trefferpunkte, das ist schon richtig viel gewesen. Das war schon richtig viel. Ja, der Nachteil bei den, bei diesen, äh, Sniper, also Heckenschützengewehren, ist, dass man relativ, ähm, dass man relativ wenig Schüsse abfeuern kann. Der Vorteil ist, man hat halt eine große Distanz, man hat viele, ähm, also, ja, ich sag mal erst die Vorteile. Große Distanz, hoher Schaden, hohe Treffgenauigkeit, Nachteile, wenige Schüsse, verbraucht also viele Aktionspunkte und kleine Magazine. Insofern ist diese Lee-Enfield, die wir haben, obwohl die Lee-Enfield jetzt nicht das beste Gewehr ist. Ich meine, es ist relativ alt, aber, ähm, es ist noch ganz gut, aber insofern ist diese Lee-Enfield wirklich sehr wichtig, denn die hat ein Zehner Magazin und das merkt man ganz, ganz schnell, es gehen ja immer so 20 Aktionspunkte fürs Nachladen drauf. Man merkt meistens ganz schnell, wie wichtig das ist, dass man mehr als fünf Schüsse in so einem Magazin hat und irgendwie hat da, glaube ich, gerade mein Handy gebimmelt und ich werde das mal gerade, das war eine Facebook-Nachricht, okay, dann werde ich das mal gerade ausmachen. Also ihr seht, äh, Pleiten, Pech und Pannen heute bei mir hier. Oh ja, das ist sie, also Klaus ist wirklich wahnsinnig tödlich. Das dürfte auch, es ist übrigens so, ähm, die, ich hätte jetzt beinahe gesagt, Klaus wird auch einer von denjenigen sein, die am schnellsten eine hohe Erfahrungsstufe erreichen, weil der einfach so viel tötet, aber das ist in dem Spiel gar nicht mal so. Ähm, ich finde aber, sehr cool finde ich, wie er die, die Waffe so hält, wie er sich das Gewehr so auf den, auf den Arm, auf den eingestützten Arm, auf den Ellenbogen legt, also diese Sniper-Position oder Heckenschützen-Position, die sind ja wirklich sehr cool gemacht in dem Spiel. Man kriegt in dem Spiel nicht unbedingt Erfahrung dadurch, dass man einfach nur Gegner tötet, sondern eben auch Erfahrung durch Ausweichen, durch Entdecken von Gegnern, durch Entschärfen von Minen und alles mögliche. Ich glaube auch, dass manche Missionen einen festen Grundwert an Erfahrung mit sich bringen, und was wir jetzt mit Kenko mal machen ist, wir werden jetzt mal diese Tür hier vorne vermienen, sodass hier erstmal keine Leute mehr raus können. Das Problem ist, Kenko hat noch einen sehr, sehr niedrigen Technologie-Level, also das heißt, er hat noch eine sehr niedrige Erfahrungsstufe in der Technik und damit sind seine Mienen relativ leicht zu erkennen, auch für gegnerische Soldaten. Die werden also sehen, Achtung, die Tür ist vermint und dann gehen die da natürlich nicht mehr durch. Das ist eigentlich klar. Also die sind ja auch nicht ganz bescheuert. Das gefällt mir übrigens ganz gut hier auch, wie sich die KI verhält. Die ist jetzt nicht so ultra-rotzendumm. Da gibt es ja andere Spiele, wo das schlimmer ist. Und wir nutzen hier die Gelegenheit nochmal, um nachzuladen. Das habe ich, alter Anfängerfehler eigentlich, das habe ich in der letzten Mission vergessen. Eigentlich sollte man da immer dran denken und die Waffen nochmal nachladen, bevor man zur nächsten Mission geht. Ja, ich denke mal, wir versuchen mit Klaus, nicht unbedingt auf den Turm, weil dann könnte es durchaus passieren, dass dieser Turm einstürzt und Klaus dadurch stirbt. Ich denke eher, wir versuchen mit Klaus so eine Längsseite von dem Haus abzudecken. Das wäre mir eigentlich recht wichtig. Denn Klaus sollte hier an der Stelle versuchen, eben die, das ist ein Techniker oder was ist das? Nein, das ist sogar ein Offizier. Der hat eine Handfeuerwaffe, die sehr gut ist, aber er hatte Glück und eine MP41. Das hat dich das Leben gekostet. Offiziere sind gefährlich insofern, weil sie viele Erfahrungspunkte haben. Das heißt, sie haben einen höheren Level als wir meistens. Zumindest jetzt dürfte das noch der Fall sein. Sie können sehr gut gegnerische Einheiten entdecken, haben vor allen Dingen viele Aktionspunkte und haben auch öfter mal Granaten dabei. Davor sollte man sich auch immer tunlichst in Acht nehmen. Es ist so, es gibt noch eine Mod, die heißt Die Hard. die macht das Spiel nochmal schwieriger und sorgt auch dafür, dass die gegnerischen Soldaten ihre Granaten öfter einsetzen. Aber dann wird es wirklich, dann wird es wirklich schwierig und Kenko, schau doch mal da oben. Ah, hallo, da ist ja einer. Lauf mal wieder zurück. Da wird das Spiel dann wirklich richtig, richtig schwierig, weil Granaten können wirklich instant töten und die können halt auch so töten, dass die Leute halt für immer tot sind, dass man neue Mitglieder anheuern muss. Das würde ich ganz gerne hier vermeiden. Insofern spiele ich auch ohne diese Mod. Ich weiß nicht, was sie sonst noch macht. Ist auf jeden Fall was für deutlich bessere Spieler als mich jetzt. ich bin nicht so der gute Silent Storm Spieler. Muss auch dazu sagen, ich spiele das Spiel auch einfach, um Fun zu haben. Es gibt ja für viele Leute auch, oder für viele Leute gehört das einfach dazu, dass das Spiel dann auch entsprechend schwierig ist. Das ist durchaus richtig, aber für ein Let's Play ist es dann auch nochmal was anderes, weil sonst muss man die Mission mehrfach nochmal neu spielen oder weil irgendwie die ganze Crew durch einen dummen Granatenfehler oder durch einen dummen Granatenwurf ausgelöscht wurde. Also die ganze Einheit, ja, durch so, durch so einen komischen britischen Offizier, der dann eine Granate da reinfeuert und dann sind die alle Tuck und dann das Spiel zu Ende, dann muss man das alles nochmal spielen. Das will ich nicht unbedingt haben. Okay, Karl, du hast da gerade noch einen britischen Soldaten entdeckt. Lauf mal ein Stück zurück, bevor er dich entdeckt und dann werden sich Gary und Rocco darum kümmern. Rocco, werden wir da im Gebüsch verstecken. 30 Aktionspunkte ist gut, dann kannst du nämlich auch noch in die Hocke gehen. Ja, laufe noch vor und dann hock dich hin, ganz genau. So, ich, ich würde sagen, ich decke Kenko den Rücken und laufe zu ihm an diese Seite. also wenn er da um die Ecke kommt, dann läuft er uns halt genau in den geladenen Lauf, um es mal so zu sagen. Okay, da ist ein weiterer Soldat gekommen. Klaus hat den Turm kaputt geschossen. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Sehr gut, er ist schon schwer verletzt, nice. Ja, ich glaube, da könnten wir mal so ein kleines, so ein bisschen so, ne, ja. Oh, fett. Der hat über 100 Schaden gemacht mit den zwei Feuerstößen, obwohl er ihn immer nur jeweils einmal getroffen hat mit einem dieser Feuerstöße. Krass. Ich denke, wir können jetzt hier hochlaufen. Der gegnerische Soldat wird da keine Chance mehr haben. Und Kenko kann jetzt mal da oben noch einen Blick in die Tür reinwerfen und vielleicht ansonsten noch die Tür auf dem Dach verminen, denn ich fände das nicht so geil, wenn da jetzt noch ein Heckenschütze irgendwie rauskommt. Und das geht offenbar nicht, denn dieser Weg ist blockiert. Kenko kann dort nicht die Treppe hochgehen, äh, die Leiter. Ja, nimm ihn besser doch nicht an, das ist ein bisschen merkwürdig. Lauf doch einfach mal wieder zurück. Ach so, für alle, die sich fragen, warum der Sound anders ist, ich nehme das jetzt auch gerade mit einem anderen Mikrofon auf, nämlich nochmal mit meinem alten USB-Mikrofon. Das mache ich deswegen, weil ich es gerade nachvertonen muss und ich mache das gerade an einem anderen Rechner. Das mache ich gerade nicht bei mir zu Hause, sondern bei meinen Eltern und da habe ich ein anderes Mikrofon mitgenommen. Na, komm, komm, nein, er hat uns entdeckt, shit. Okay, ähm, also er ist da, er steht da um die Ecke, das weiß ich, wenn Rocco aufsteht, müsst ihr ihn eigentlich sehen können. Hoffen wir es, hoffen wir es. Hock dich mal wieder hin und krabbel noch ein bisschen weiter in den Holunderstrauch hinein. Komm, der ist drin, 47 Prozent, komm, mach ihn platt. Ärgerlich, ja, so subito war das jetzt nicht. Okay, Gary. Zwei Schnellschüsse, das ist drin. Der zweite Schnellschuss ist meistens ein bisschen billiger, aber wir haben ihn jetzt eigentlich schon so gut getroffen, dass wir uns hier zurückziehen können, denn, äh, so eine blöde, äh, so eine blöde Grease Gun, die ist aus der Kürze oder aus der kurzen Distanz auch, äh, ja, äh, ziemlich, ziemlich teuer. So, ja, der ist, äh, so gut wie hinüber, äh, müsste kritisch sein, ja, schwer verletzt, ja, 41 Prozent, da könnten wir eigentlich auch nochmal den Heckenschützenmodus benutzen, 90 Prozent jetzt, aus Leiden, ja, ganz genau, um da nochmal so ein Zitat, ähm, aus dem, also eine Referenz zu dem Jeff Major Let's Play von Silent Storm zu bringen, ja, es ist, äh, besser für dich zu sterben, als für mich zu leiden. Also, der sagt es natürlich, äh, auf Englisch, da sagen die Soldaten dann sowas, ah, better to die, than to suffer, und er sagt dann einfach auch nur so, yeah, yeah, it's better for you to die, than for me to suffer, sehr klasse. Na, aber kam, diesmal, hä, ich will eigentlich, dass sie mit der Mauser noch ein bisschen trainiert, aber, der da, oh, ja, Vorsicht, du bist grundlos dämlich, aber sie hat es ja doch noch geschafft, okay, es wäre natürlich schöner gewesen, wenn sie hier schon mit dem ersten Treffer den Soldaten ausgeschaltet hätte, aber okay. Jetzt, Gary, du kannst jetzt da der Länge nach sichern. Und, Rocco, du kannst hinterherlaufen und alles mit Granaten zuschmeißen, was da irgendwie um die Ecke kommt. Okay, Leute, dann werde ich jetzt an der Stelle Schluss machen für heute. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Macht's gut bis dahin. Tschüss.